Musik Willkommen zum Kaffee am Freitag. Heute zum Thema Dein Reich komme. Einige ganz praktische Gedanken, ein Gespräch über den Glauben führen. Und zwar möchte ich da aus meiner eigenen Erfahrung sieben Gedanken weitergeben. Wie kannst du mit Jesus fernstehenden Menschen über den Glauben sprechen? Der erste Gedanke. Wir müssen Menschen so nehmen, wie sie sind. Wir dürfen sie nicht verändern. Es ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist. Nur wenn du Menschen als würdig und wertvoll betrachtest, wirst du nicht zuerst die Absicht haben, sie zu verändern. Quasi, glaube jetzt, was ich glaube. Das, was du tust, ist nicht gut. Sondern vielmehr, nimm sie an. Ich erinnere mich da immer wieder an den Umgang von Jesus mit der Frau am Jakobsbronn im Johannesevangelium, wie er mit dieser Frau im Kapitel 4 umgegangen ist. Freiheit, Annahme, einfach mal so nehmen, wie der Mensch ist. Interesse zeigen an seiner Geschichte, Interesse zeigen an dem, was dieser Mensch tut. Und zweitens, vergiss nie, wir haben nichts zu verkaufen. Als ich junger Christ war, war ich davon überzeugt, ich muss Menschen davon überzeugen, dass der christliche Glaube richtig ist. Davon bin ich abgekommen. Der Schritt zur persönlichen Überzeugung im Leben eines Menschen wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Wir haben nichts zu verkaufen. Ich habe also nicht ein Gegenüber, das ich jetzt überzeugen müsste von der Richtigkeit meines Glaubens. Wenn ich das tue, dann ernte ich eigentlich das Gegenteil, den Widerstand und die Argumente des Gegenübers. Dieser Mensch wird nicht hören können. Drittens, ein Geschehen ist in dir. Gott liebt alle Menschen so, wie sie sind, nicht so, wie sie sein sollten. Das ist eine riesige Herausforderung, je nachdem, mit wem du sprichst. Aber Gott liebt sie und kannst du in deinem Inneren im Gespräch diese Herzenshaltung einnehmen, dass Gott diesen Menschen liebt und dich nicht mehr liebt, weil du ihm dienst, sondern diesen Menschen genauso liebst. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also Liebe ist der treibende Faktor von Gottes Umgang mit Menschen. Viertens, und das habe ich in der Praxis gemerkt, je mehr ich dazu bereit bin, von meinen persönlichen Herausforderungen und Problemen zu sprechen und Erlebnissen der Vergangenheit und wie Jesus mir begegnet ist und mir geholfen hat, desto stärker kann sich das Gegenüber öffnen. Oft ist die Vorstellung, Christen wollen andere überzeugen, Christen geben vor, keine Probleme zu haben, Christen wollen besser sein als andere Menschen und da merke ich, nö, dem ist nicht so, sondern wir dürfen erzählen, wie wir in den Herausforderungen des Lebens eben in Jesus diese Hilfe finden, die zum Vater, Vater führt. Fünftens, Hoffnung vermitteln. Das ist ein Erlebnis, das ich immer wieder neu mache. Georgian, ich bete für so viele Jesus fernstehende Menschen, komme mit so vielen Menschen ins Gespräch und ich merke, was den Menschen heute abgeht, ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Heute ist die Angst vor der Zukunft stärker als die Hoffnung auf eine gute. Aber das Evangelium, die gute Botschaft des Reiches Gottes geht davon aus, da ist Hoffnung für alle Menschen und da gilt es dann im Gespräch nicht davon abzurücken, dass Gott diesen Menschen in ihren Situationen Hoffnung geben möchte. Sechstens, für Menschen beten. Da merke ich bei vielen meiner Freunde eine gewisse Hemmung. Ja, man kann doch nicht das Gebet aufdrängen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Menschen frage, darf ich sie segnen, darf ich für sie beten, ob das Georgier ist, die das macht oder ich, es kommt kaum vor, dass Menschen Nein sagen. Weshalb? Wenn sie merken, dass wir Ermutigung sind, sind sie auch offen für das Gebet. Versuche das mal. Sei nicht zurückhaltend und unsicher. So quasi, ja, wenn sie noch unbedingt möchten, könnte ich ja. Sondern, hey, darf ich für sie beten, darf ich sie segnen, jetzt in diesem Moment. Und siebtens, achte darauf, die Beziehung offen zu halten. Bei Beziehungen, die sich unterwegs, in der Bahn, Flugzeuge ergeben, immer ein Kärtchen bereithalten, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen dich kontaktieren müssen, aber gib ihnen die Chance, auf dich zurückzukommen. Dabei ist es viel wichtiger, dass sie deine Adresse haben, als du die ihre. Weshalb? Es ist Gottes Geist, der führt. Ich wünsche dir in der kommenden Woche ein, zwei Erlebnisse, die dich überwältigen. Und natürlich ein tolles Wochenende und eine kraftvolle kommende Woche. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020